Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Chefsache Business Lounge hier aus dem schönen Luitpold Park in Lindau. Ein herzliches Willkommen natürlich auch meinen Gästen hier vor Ort. Liebe Zuschauer, unser Thema heute, olympische Sportarten in der Krise überholt der America's Cup die Segel-Olympiade und dazu möchte ich Ihnen auch meine heutigen Gäste vorstellen. Er ist Wirtschaftsexperte, Jurist und leidenschaftlicher Segler. Herzlich willkommen dem Präsidenten des Lindauer Seglerclubs, Karl-Christian Baye. Ja, außerdem bei uns der ehemalige Segel-Profi-Weltmeister und Geschäftsführer der deutschen Segel-Bundesliga Oliver Schwall. Ihr Applaus. Ja, liebe Zuschauer, und zu Oliver Schwall haben wir noch einen kleinen Einspielfilm vorbereitet. Matze ab. Vollblutsegler, erfolgreicher Pilot im Katamaran der Tornadoklasse, krönt seine Karriere 1993 mit dem Weltmeistertitel. Zuvor holte er Silber und Bronze. Nach seiner Karriere setzt sich Oliver Schwall neue Ziele. Geht zunächst in die Werbung, gründet dann sein Unternehmen die Vermartungsagentur Konzeptwerf GmbH und verschreibt sich wieder voll und ganz den Segelsport. Ihn will er populärer machen. Mit ihm kommt 2013 die neue Segel-Bundesliga. Mit 18 Teams, wie beim Fußball. Der Geschäftsführer der deutschen Segel-Bundesliga sagt, der Wettbewerb muss transparenter und für die Zuschauer erlebbarer werden. Wir holen die Wettbewerbe an Land, lautet das Motto. Jetzt folgt die nächste große Herausforderung. Die großen internationalen Erfolge der Segler liegen schon lange zurück. Dafür gründet er das Sailing-Team Germany, eine neue Nationalmannschaft. Doch bei den Olympischen Spielen 2016 reichte es nur für eine Bronzemedaille. Damit kann der Weltmeister nicht zufrieden sein. Und dann ist da noch der legendäre Amerikas Cup. Hier haben andere Nationen die Nase vorn. Amerika, Neuseeland, sogar die Schweiz holte schon zweimal den Titel. Der Amerikas Cup, die Formel 1 im Segelsport. Wichtiger als Olympia, Herr Schwall? Ja, und auch darüber möchten wir uns heute unterhalten. Olympische Sportarten in der Krise. Inwiefern steckt denn überhaupt Olympia in der Krise? Die letzten Zuschauerquoten waren ja gar nicht so schlecht. Na ja, also ich glaube, die Olympischen Spiele haben tatsächlich ihre Krise darin, dass sich diese Großveranstaltung mit zunehmenden Herausforderungen in der Vergabe beschäftigt. Wir haben jetzt zwischenzeitlich Olympische Spiele, die mehr kommerziellen Interessen genügen müssen. Und dementsprechend haben wir Wintersport in Seoul und erleben, dass ungeeignete Reviere eigentlich den Kommerz damit über Vorteilen. Wenn wir uns jetzt die Olympischen Spiele mal genauer anschauen, dann ist das ja immer ein Hin und Her, welche Sportarten jetzt rein dürfen, dann wieder rausfliegen. Nach welchem Mechanismus funktioniert denn das eigentlich, Herr Schwall? Ich glaube, das IOC hat da auch mal Kriterienkatalog veröffentlicht, wonach Olympische Disziplinen sich eigentlich qualifizieren für Olympia. Es gibt natürlich historische Sportarten, Leichtathletik, die sind sicherlich gesetzt. Aber die Medialisierung ist ein wichtiger Faktor. Überhaupt muss überhaupt jedes Land auf der Welt Zugang zu diesen Sportarten haben. Es muss kostenseitig erschwinglich bleiben. Es braucht darunter auch stabile Strukturen. Also Vereine, Verbände fußen ja auf dem Leistungssport. Ohne Vereine, ohne Verbände funktioniert das alles nicht. Insofern, es sind vielschichtige Kriterien. Interessant, wenn wir über Segeln reden, ist wirklich die Frage, inwieweit wir unseren Status halten können und wir eigentlich diese Innovationen, die im Sport gefordert sind, überhaupt mitgehen können. Insbesondere, was die Medialisierung angeht. Nachvollziehbarkeit, Segeln dicht an Land. Zuschauer müssen verstehen, was da funktioniert. Und da haben wir in der Tat große Herausforderungen im Sport. Also gerade mal das Stichwort, verstehen was da eigentlich passiert. Ich bin selbst Segler und ich blick ehrlich gesagt nicht so wirklich durch. Das sind ja unfassbare viele Klassen, die da antreten. Ist das überhaupt noch möglich, diesen Segelsport transparent zu machen bei den Olympischen Spielen? Ja, das ist Faszination des Sports und Last zugleich, weil wir haben tausende von verschiedenen Bootsklassen im Segeln. Auch hier auf dem See sehen wir heute auf dem Bodensee wahrscheinlich 100, 120 verschiedene Bootstypen. Und wahrscheinlich haben zwei davon was mit Olympia zu tun. Überhaupt das mal transparent zu machen, was sind eigentlich die Hochleistungsdisziplinen und was ist quasi Fahrtensegelei? Das ist schon mal schwierig zu verstehen. Und dann tauche ich ein in die Hochleistungsdisziplinen, die dann an Olympia heranrücken. Und selbst da wird es wahnsinnig schwer zu verstehen, welche dieser verschiedenen Bootsklassen, Stichwort America's Cup, Stichwort Extreme 40 Series, wo auch fliegende Katamarane um Tonnen segeln, Volvo Ocean Race, segelt man um die Welt und dann kommt noch Olympia. Wie passt das zusammen? Das ist ein strukturelles Problem, was der Sport hat, das überhaupt von draußen nachzuvollziehen. Das ist halt unsere Last. Im Fußball spielen sie alle auf zwei Tore mit elf Mannschaften, egal welche Klasse. Und bei Olympia dann halt am Ende des Tages auch. Im Segeln ist es eben nicht so. Die Vereinheitlichung muss her. Und spektakuläre Klassen sind halt auch wichtig. Also Zuschauer finden das halt toll, wenn Boote fliegen, jetzt wie im America's Cup. Da wird gefoilt, da geht es mit hohen Geschwindigkeiten einher. Es ist natürlich spannender, da zuzuschauen, als wenn man irgendwie, Stichwort Formel 1 und deutsche Tourenwagenmeisterschaft, Formel 1 ist halt auch populärer. Aber es ist natürlich eine unfassbare Materialschlacht, gerade wenn wir über den America's Cup sprechen. Da kann so ein Schiffchen auch mal 200 Millionen kosten. Das ist sicherlich der Punkt. Und der America's Cup, so eine Kampagne, die Briten sollen ja neben Team Oracle USA die am besten ausgestattetste Kampagne sein mit 100 Millionen. Das ist natürlich ehrlicherweise nicht gerade der olympische Gedanke, sondern da geht es wirklich schon um Kommerz. Aber es ist halt trotzdem attraktiv. Und die Medien greifen es auf. Und wir werden sicherlich über den America's Cup mehr lesen, als über olympische Spiele. Das ist ja auch das Problem, was wir haben, dass es wahnsinnig viele interessante Formate gibt, aber die haben mit Olympia dann relativ wenig zu tun. Herr Schwall spricht ja auch von einer Innovationsfähigkeit, auch im Segelsport. Wie müsste die denn Ihrer Meinung nach aussehen? Ja, wir betrachten jetzt gerade natürlich die Spitze mit dem America's Cup. Auch um geeignete America's Cup Segler zu haben, müsste in der Nachwuchs an das Folieren des Segeln herangeführt werden. Wir bräuchten eine Struktur, dass über die regionalen Vereine in die Verbände hinein sich eigentlich tatsächlich auch der geeignete Seglernachwuchs entwickelt. Und dann müsste man sicher auch noch eine gewisse Öffnung der Sportart dahingehend erreichen, das Ganze dann auch so zu erklären, dass es in der Vermarktung noch vereinfacht wird. Das ist ja ein alter Witz, treffen sich drei Deutsche, machen einen Verein auf. Das ist ja einerseits auch, sage ich mal, die Chance, die man insbesondere ja auch hierzulande hat, dass mit der Vereinsstruktur man eine ganz andere Möglichkeit hat und eine ganz andere Nähe auch an Spitzensportlern dran zu sein. Aber es ist natürlich auch zugleich ein Laster, dann, wenn es darum geht, gemeinsame Entscheidungen zu fällen. Und das gilt nicht nur für den Segelsport, liebe Zuschauer, sondern natürlich auch für andere Sportarten in Deutschland, die es auch probieren, bei den Olympischen Spielen mitzuwirken oder auch drin zu bleiben. Gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Chefsache Business Lounge. Unser Thema heute, Olympische Sportarten in der Krise. Zu Gast ist Oliver Schwalm. Er verantwortet die Deutsche Segelbundesliga und hat damit etwas auf die Beine gestellt, wo viele gedacht haben, das wird ein Rohrkrepierer. 2013, warum war es so schwer, ein solches Event, einen solchen Wettbewerb auf die Beine zu stellen in Deutschland? Es war eigentlich gar nicht so schwer. Also am Ende hatten wir die Idee schon seit vielen Jahren in der Tasche und haben es schlichtweg einfach nur umgesetzt. Es gab natürlich aber viele, die gesagt haben, das brauchen wir nicht. Also was soll jetzt segeln auch noch mit einer Bundesliga? Wir haben tausend andere Probleme. Und wir haben aber bewiesen, dadurch, dass wir sehr konsequent unseren Weg gegangen sind, dass so eine Innovation den Sport nachhaltig verändert und man kann sagen auch verbessert. Und das ganze Format ist mittlerweile international, hat sich weiterentwickelt. In der Bundesliga gibt es in 15 Ländern inzwischen schon. Es gibt eine Champions League wie im Fußball. Das war für uns auch nicht absehbar. Ich glaube, wir haben einfach uns darauf fokussiert und haben diese Innovation einfach eingefordert. Warum wollten Sie das? Ich glaube, der Segelsport, wir haben vorhin das Thema Americas Cup und Olympia gehabt und das gilt ja auch für viele Unternehmen. Man muss sich permanent verändern. Man muss sich hinterfragen, ob das Produkt, was wir haben, noch gut genug ist für den Markt. Und der Markt ist nun mal die Begeisterung von Zuschauern, die Begeisterung für den Nachwuchs. Es geht bei den Vereinen los. Der Nachwuchs braucht ja irgendeine Perspektive, warum sie diesen Sport betreiben wollen. Wenn kleine Fußballkicker wollen Ronaldo sein. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich solche Leuchtturmprojekte nicht habe, dann stirbt ein Sport irgendwann. Oder zumindest wird er irgendwie irrelevant. Und das wollten wir halt vermeiden. Und deswegen haben wir uns was Neues ausgedacht, was vor allen Dingen in die Vereine greift und was die Vereine mitnimmt. Und die ganze Mitgliedschaft und die Fan-Community auch begeistert. Und das ist uns mit der Bundesliga gelungen. Immer dort, wo viele mitschwätzen dürfen, das kennen wir, kann auch viel Porzellan zu schlagen werden. Sie sind ja selbst auch an der Spitze hier des Segelklubs hier in Lindau, Präsident, herbei. Was passiert denn in einem solchen Klub, wenn er von einer solchen Bundesliga hört? Also idealerweise lässt er sich dafür begeistern. Also wenn die Vereine die Chance erkennen, und die meisten haben es ja erkannt, also der Run auf die Bundesliga ist ungebrochen, ist ein tatsächliches Erfolgsmodell, dann hat der Verein tatsächlich die Chance, Identifikation zu stiften mit einer Mannschaft, was vorher im Segelsport so überhaupt nicht bekannt war. Das waren Einzelsportler, die zwar für Vereine gestartet sind, aber sie waren auch in der Eigenwahrnehmung eigentlich Einzelsportler. Und haben damit nur mittelbar als Projektionsfläche gedient für die Segler in dem Verein. Jetzt haben wir eine Nachwuchsförderung in einer Bootsklasse, die durchgängig ist, von der Jugend bis in die Bundesligamannschaft. Es gibt Ziele und es gibt tatsächlich auch für ehemalige Kadersegler, für ehemalige Olympiateilnehmer die Chance, ihren Sport weiter auszuüben. Also wenn die große olympische Karriere beendet ist, gibt es ein Format, mit dem ich weiter auf hohem Niveau, man sagt, auf immer jedes Jahr höherem Niveau, meinen Sport ausüben kann. Das heißt, mit diesen anderen und neuen Perspektiven kann ich auch zugleich eine ganz andere Nachwuchsförderung begehen. Ja, also ein gutes Produkt setzt sich ja dadurch durch, dass alle das irgendwie haben wollen oder mitmachen wollen. Und das war gar nicht jetzt eine große strategische Überlegung von uns. Wir haben einfach an dieses Format geglaubt. Und das hat eigentlich einen Sogeffekt mitgezogen, dass, du hast gerade den Trend genannt, die werden halt immer jünger, die Segler. Das heißt, das Durchschnittsalter des deutschen Meisters vom letzten Jahr, der deutsche Touringjagd, glaube ich, ist 23 Jahre. Das Durchschnittsalter. Eine olympische Kampagne endet meistens Mitte, Mitte, Ende 20. Das heißt, ich sehe da schon mal eigentlich diesen Trend, dass die Bundesliga sehr viel Potenzial für junge Segler hat. Und macht man sich nichts vor, wenn ich eine Sportart betreibe, dann möchte ich, dass sie gesehen wird. Ich möchte, dass meine, die Mitglieder des Vereins mitfiebern, dass es in den Medien stattfindet, dass Live-Übertragung über die sozialen Netzwerke oder über Fernsehsender, das, was ich da tue, irgendwie mitgeplottet werden kann. Und das ist das, was wir mit Innovationskraft halt auch sehen. Wir brauchen solche Formate. Der America's Cup macht ja nichts anderes. Der hat ja mit Olympia und den klassischen Strukturen des Weltsegelverbandes oder der National-Wähne eigentlich gar nichts gemeint. Aber er fasziniert auf eine andere Art und Weise. Jetzt kann natürlich ein 19-Jähriger aus dem Lindauer Segelverein schwer einfach mal auf den America's Cup ersteigen. Bei der Bundesliga kann er es aber. Und das ist quasi der Schritt in eine immer professioneller werdende Segelkarriere. Stichwort Eintrittsbarrieren. Segeln ist ja jetzt nicht unbedingt der Sport, der das Image hat, dass es jeder machen könnte. Absolut. Also dem Segelsport haftet der Mythos einer elitären Sportart, einer unbezahlbaren Sportart nach. Auch das ist vollkommen falsch. Die Vereine verfügen über das Material, das jedermann segeln kann. Es gibt eine ganze Reihe von Vereinen, die auch Nachwuchs ganz explizit fördern und ermöglichen, dass man aus egal welcher sozialen Schicht kommend mit egal welchem Hintergrund aufs Wasser kann und sich dort tatsächlich auch entwickeln kann. Und ergänzend noch zu dem, was du gesagt hattest, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorteil, auch von der Deutschen Segel-Bundesliga und allen Bundesliga-Formaten, dass sie mehrere Spieltage haben. Eine Olympiakampagne hat ein Highlight. Eine Weltmeisterschaft ist konzentriert in einer Woche. Hier haben wir wiederkehrende Spieltage. Das System ist ja doch sehr stark an die Fußball-Bundesliga angelehnt, in denen immer neu Identifikation geschaffen wird. Und das über die ganze Saison hinweg. Und dadurch auch die Aufmerksamkeitsebene, sowohl bei den Zuschauern, bei den Vereinsmitgliedern, bei den Seglern, bei der Segelöffentlichkeit und auch bei den Sponsoren gleichbleibend hoch ist. Wenn durch die Vereine eine doch geringere Barriere gegeben ist, was jetzt erstmal den Segelsport an sich angeht, erreichen wir trotzdem irgendwann die Schwelle, wo die Materialflacht beginnt. Der Segelsport ist natürlich einer, der auch sehr stark von technischen Innovationen getrieben ist. Ist das nicht gleich von vornherein das Ende der Fahnenstange sozusagen? Auch da ist die Deutsche Segel-Bundesliga eigentlich im Prinzip ein perfektes Produkt, weil die Materialunterschiede, die zum Beispiel im America's Cup extrem viel entscheiden können und die auch zu diesen gigantischen Budgets führen, gibt es in der Deutschen Segel-Bundesliga nicht. Man segelt eine Einheitsklasse und die Boote rotieren durch. Also die Vereine starten nicht mit ihrem eigenen Boot, sondern werden auf gestellten Booten rotierend zum Einsatz gebracht, sodass alle Vereine die gleichen Rahmenbedingungen haben. Und es differenziert sich vielleicht in der Unterstützung in den Vereinen, inwieweit Trainingsmaterial durch entsprechende Boote zur Verfügung gestellt wird und welche Trainingsintensität ermöglicht wird. Aber ganz entscheidend ist natürlich am Ende, ob du, ich sag mal, Heldenbilder transportieren kannst. Wenn ich Bilder von dem America's Cup sehe, dann schlagern einem wirklich ja die Ohren. Das sind ja unfassbare Geschwindigkeiten. Mit nahezu 100 Stundenkilometer fliegen diese Schiffe über das Wasser. Das hat schon etwas Faszinierendes. Wenn man jetzt nicht diese Bilder liefern kann, zum Beispiel bei einer Segel-Bundesliga, ist es dann nicht von vornherein langweilig? Also das heftet dem Sport ja so ein bisschen an, dass er langweilig ist, weil ich den Rennverlauf nicht verstehe. Und das hat der America's Cup sehr gut gemacht. Also der Kurs, der abgesegelt wird, wird immer einfacher. Das ist eigentlich ein normiertes Spielfeld wie auch beim Fußball. Auch das haben wir eigentlich bei der Bundesliga 1 zu 1 so umgesetzt. Also das Wichtige ist erst mal, dass ich überhaupt verstehe, was passiert da eigentlich auf dem Wasser? Da gibt es natürlich auch jetzt neue Technologien, Übertragungstechnologien, GPS-Daten, Analysen, die das überhaupt transportieren können. Aber na klar, also ein fliegender Katamaran ist faszinierender als ein Kiel-Boot mit vier Crewmitgliedern drauf. Das muss es auch geben. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich über Innovationen nachdenke, die Bundesliga ist aufgrund seiner Grundstruktur, so wie sie aufgebaut ist, aus den Clubs kommt, die Clubs in den Vordergrund stellen, quasi eine sehr stabile Grundlage, um Segesport in die Community und auch den Zuschauern nahezubringen. Und der America's Cup ist natürlich die Königsdisziplin. Aber wie gesagt, das ist ein Unterschied. Ein Club braucht für eine Bundesliga-Kampagne vielleicht 15.000 Euro pro Saison. Lassen Sie es 20 sein. Die gut ausgestatteten haben vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Der America's Cup hat 100 Millionen. Also das ist natürlich, das wird es auch immer geben im Segelsport. Also wir werden immer den America's Cup oder Superjachten haben. Die Frage ist halt, wie schaffe ich es eigentlich, diese Welten so zusammenzubringen? Und das ist ja die Faszination auch America's Cup und Leistungssegeln heute, Olympia. Auch das wächst mehr zusammen. Die ganzen Top-Leute auf den America's Cup-Booten sind ehemalige Goldmedaillengewinner. Das ist eines der wesentlichen Eintrittskriterien in den America's Cup. Das war vor 20 Jahren definitiv nicht der Fall. Das war eine völlig entkoppelte Welt. Insofern auch die Öffnung des America's Cups in Katamarane, in andere Boote, innovative Formate führt dazu, dass das zusammenwächst, was eigentlich zusammen gehört und nicht immer weiter auseinander drifft. Aber entscheidend sind dort natürlich die Erfolge, die einzelne Gesichter, Köpfe in diesem Sport leisten, ob man sich mit ihnen identifizieren kann und natürlich auch ihren sportlichen Erfolg weiter begleiten möchte. Ja, über Erfolge möchten wir sprechen und über Innovationen im Segelsport. Gleich mehr dazu, liebe Zuschauer, nach der Werbung. Und wieder herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Chefsache Business Lounge. Wir sprechen über olympische Sportarten und über solche, die sich in der Krise befinden. Bei uns ist der Chef der Deutschen Segelbundesliga, Oliver Schwalm. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, lieber ein Olympia-Gold oder America's Cup-Gewinner? Was wäre es? Ja, früher war es entweder oder. Heute bedingt sich das, weil die Eintrittskarte in den Cup ist sicherlich olympisches Gold. Also man sieht es jetzt, wenn man die Teams durchgeht, die Skipper, die Taktiker, die Wingtrimmer auf den Cups, sind alles ehemalige Olympia-Segler. Egal, welche Disziplin oder welche Bootsklasse. Insofern, das hängt schon sehr eng miteinander zusammen. Medial ist auf jeden Fall der America's Cup sehr viel stärker als jetzt Segeln auf olympischem Niveau. Was genau kann denn eigentlich Olympia lernen, um besser zu werden, um interessanter zu sein? Es sind zwei Aspekte. Wir haben vorhin viel über Bundesliga gesprochen, oder America's Cup. Das eine ist, spektakuläre Bootsklassen funktionieren einfach. Und das ist das, was Olympia so langsam, aber stetig lernt. Wir brauchen spektakuläreres Bootsmaterial, wo man gerne zuschaut. Das ist im Zweifel auch ein Katamaran, der foilt. Das wird jetzt auch getestet. Folt, wenn er fliegt. Wenn er fliegt, wenn sie sich aus dem Wasser heben und dann übers Wasser fliegen. Also ich glaube, die Wahl, wir haben teilweise Bootsmaterial, das ist 30 Jahre alt, das ist vor fast 40 Jahren gezeichnet worden. Da kann man sich vorstellen, dass es wirklich fast Steinzeitniveau ist, nach heutigen Metriken. Das ist das eine. Das zweite ist einfach die totale Vereinfachung. Wir brauchen einfache Formate, die alle verstehen. Und olympisches Segeln, überhaupt Regattasport, ist schon kompliziert genug. Aber wie soll ich dann noch zehn verschiedene Bootsklassen erklären? Das versteht halt kein Mensch mehr. Also da reichen vielleicht zwei oder drei. Das wäre natürlich ein radikaler Schritt. Aber ich würde es endlich mal verstehen als Zuschauer. Wir als Segler haben es gelernt, aber der Zuschauer, den vergessen wir da gerne mal. Und ich glaube, das EOC wird da genau darauf gucken, wie sich der Sport die nächsten Jahre verändert. Das klingt ja im Prinzip recht simpel herbei. Ob du jetzt einen Segelclub hast oder ob du ein Unternehmen hast. Vereinfachung ist in der Tat immer ein sehr großes Erfolgsprinzip. Wie läuft denn das dann in der Praxis? Wenn ich Verbände habe, wenn ich Vereine habe und so weiter und so fort. Und ich sage, pass mal auf, dein Schiff darf jetzt nicht mehr. Ja gut, wir haben besondere Strukturen. Das ist tatsächlich so. Und es ist sicher so, dass viele Vereine und auch Verbände vor großen Herausforderungen der Professionalisierung stehen. Das betrifft auch das IOC. Wenn man den Umgang mit Doping in Rio betrachtet, dann war das alles andere als professionell. Ich denke, die vorangesprochene Vergabe nach kommerziellen Gesichtspunkten ist durchaus ein Problem. Wird auch von den Sportlern nicht gutiert und führt natürlich zu einer Identitätskrise. Wir erleben hier gerade in Deutschland, dass Olympiakampagnen für Standorte, für Olympiastandorte kläglich scheitern, weil wir auch die Bevölkerung nicht mehr begeistern können für Olympia. Und das alles zeigt, dass das System der großen Sportverbände, egal ob Olympia oder die FIFA im Fußball, sich nur dann tatsächlich zukunftsfähig positionieren können, wenn sie transparent Entscheidungen treffen, die professionellen Standards genügen. Und dazu sind nahezu alle Verbände Reformen bedürftig. Wie stehen denn hier im Speziellen die Segelverbände da? Könnt man sich da nicht gegenseitig die Booter sozusagen auf dem Boot? Ja, die Entscheidungsfindung rund ums Segeln ist bis hoch ins IOC tatsächlich sehr problematisch. Das hängt damit zusammen, dass auch veraltete Bootsklassen immer noch ihre Lobby haben, die dazu führt, dass man an Bootsklassen eben festhält und auch die Formate wenig ändert. Ich glaube, da kommt dann auch das Festhalten an bestimmten Regatta-Formaten hinzu, das dazu führt, dass man das wenig medial aufbereiten kann, dass man einen großen Aufwand treiben muss, der wiederum dann ein großes Argument gegen den Segelsport in Olympia jedes Mal wieder auslöst, wenn eine Kampagne vorbei ist. Was wir auf jeden Fall bis jetzt mitnehmen können, Sportarten sind in der Krise oft selbst gemacht, können aber auch sich selbst sozusagen wieder rausholen aus der Krise, indem sie sich neu erfinden. Sie haben es ja mit der Segel-Bundesliga geschafft. Werden Sie es auch mit Olympia schaffen? Das hängt von vielen Faktoren ab und ich habe da so meine berechtigten Zweifel. Wir haben es gerade gehört, das ist völlig richtig. Wir haben das strukturelle Problem und Vereine, Verbände sind aufgrund ihrer Strukturen, nicht aufgrund der handelnden Person, aufgrund der Strukturen nicht besonders innovationsfähig. Und wenn man sich die Entscheidung im Weltsegelverband der letzten Jahre in Punkte Olympia anguckt, fragt man sich wirklich, was die sich dabei so gedacht haben, weil das war einfach nur anders, aber auf jeden Fall nicht besser. Und wir sind auch nicht den Anforderungen des EOC geschuldet, würde ich einfach mal aus der Distanz betrachten. Und wäre eine Innovation wie die Segel-Bundesliga aus einer Verbandsstruktur heraus entstanden? Ganz klar, nein. Das wäre nicht passiert. Niemals. Also es muss dann letztendlich der große Rundumschlag sein. Naja, man muss auf jeden Fall, es gibt Verbände, die haben es geschafft. Der Skiverband hat es geschafft. Es gibt auch andere tolle Beispiele. Es gibt auch, Biathlon ist das wunderbare Beispiel. Der ganze Sport hat sich neu erfunden. Und siehe da, er ist erfolgreicher und medialer als je zuvor. Es funktioniert. Das hat aber viel mit Strukturen zu tun. Und wenn ich reingehe in die Geschichte des Skiverbands, was Herr Hörmann da als Präsident damals gemacht hat, der hat einfach Strukturen erst mal geändert und dann das ganze Ding reformiert. Einfach nur Leute austauschen, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber auch in Firmen häufig nicht. Also nur den Chef austauschen, das hilft nicht. Ich muss schon ein paar Strukturen mitnehmen. Und dann kann sich auch ein Verband neu erfinden, ob national oder international. Hier haben wir einen Spitzensportler sitzen. Hier haben wir einen Amateursegelsportler sitzen. Was war Ihr größter Segelerfolg? Das ist eine gute Frage, heil bei der Rundum einzukommen. Alles klar, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Schön, dass Sie da waren. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit hier bei der Chefsache Business Lounge. Wir haben heute über olympische Sportarten gesprochen, wie diese in diese Krise geraten sind und vor allen Dingen auch Möglichkeiten, wie sie aus der Krise herauskommen können. Liebe Zuschauer, es würde mich sehr freuen, wenn Sie bei der nächsten Chefsache Business Lounge wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss. Danke.